Sanchon hat zwei Bio-Aufstriche wegen gefährlicher Verunreinigung zurückgerufen. Die Aufstriche können mit Ethylenoxid belastet sein. Ethylenoxid wird als Pflanzenschutzmittel eingesetzt und gilt als krebserregend. Auch in Disinfektionsmitteln wird Ethylenoxid verwendet. Betroffen sind die Aufstriche Kichererbse Ingwer und Kichererbse Chili jeweils mit Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2022. Sanchon vertreibt die Aufstriche deutschlandweit auch online. Verbraucher können die Produkte auch ohne Kassenbon zurückgeben.